Herzlich Willkommen bei den Bruder Games, schön dass ihr dabei seid und heute, ihr seht ja schon im Titel, wollen wir euch zeigen wie wir den Server wechseln, ihr seht ja ich bin noch WEU und wie kann man sozusagen den Server wechseln auf dem man spielt, da will ich euch einfach nochmal ganz kurz demonstrieren, das ist eigentlich ganz einfach, ihr startet einfach benutzerdefiniertes Spiel, ähm, ach quatsch, brauchen wir gar nicht, ich gehe jetzt hier auf das Messerturnier einfach starten mit als Spieler sozusagen, ja, werdet ihr gleich sehen und dann müsst ihr natürlich rausgehen, damit ihr 5 Minuten Bann kriegt, äh, benutzerdefiniertes Spiel, so, das machen wir natürlich einfach mit Viereck und dann müsst ihr da natürlich stehen, dass ihr jetzt 5 Minuten braucht, um wieder ein Spiel zu machen, da seht ihr jetzt schon und dann seht ihr hier natürlich über meiner Facecam jetzt gerade, dass ihr jetzt einfach einen Server einstellt, den ihr haben wollt, wir nehmen mal irgendwann, wo der Ping nie so hoch ist SBR, wir nehmen mal einfach SBR, suchen nicht aus, starten nochmal als Spieler Und dann seht ihr hier schon die Warnung und dann seht ihr, dass das Datenzentrum, beziehungsweise der Server auf SBR eingestellt ist und so könnt ihr gerne alles wechseln und wenn ich jetzt wieder ins Menü gehe und hier spielen will, dann seht ihr, ich bin hier nicht eingerankt, noch 10 Matches bis zur Rangvergabe, obwohl oben, äh, steht, dass ich noch Platin 1 bin, so kann man jeden Server wechseln, den man möchte, das haben sie auf jeden Fall im Patch jetzt in Emberwise und ich hoffe, euch hat es dir helfen, lasst auf jeden Fall gerne einen Like, da würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, ich werde auch, äh, das jetzt wieder zurückstellen, natürlich, Easy, die steht natürlich auch alles und dann zeige ich euch nochmal, dass hier natürlich steht, dass ich Platin 1 bin, äh, fehlen noch ein paar Punkte bis zu dir, ich werde heute auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein bisschen spielen, falls ihr euch ja geholfen habt, lasst auf jeden Fall Kommentare, würde mich freuen, lasst ein Like und ein Abo da, das war von dem Bruder Games, Peace out und reingehauen, meine lieben Freunde.